Oh mein Gott, ey, ich fühle so mit dir, Junge, ich fühle so hart mit dir. Oh, vorbei, vorbei. Ich trinke, ich trinke nochmal lieber schnell was, Alter. Und damit, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Und heute wird es schmerzhaft, denn wir machen heute wieder mal ein Opening-Battle mit Lukas Faske. Will ich dabei sein? Nein! Also, Leute, heute wird es ultimativ, denn wir werden heute am Glücksrad drehen. Und jedes Mal, wenn wir kein Special Skin ziehen, müssen wir hier Center Shocks essen. Ihr seht es, Leute. Wer das nicht kennt, das sind so übertrieben krank saure Kaugummis. Also, die sind richtig ätzend. Also, wenn man da zu viel von isst, kann es auf jeden Fall richtig schmerzhaft werden. Und auch, das ist absolut nicht gesund auf jeden Fall für die Zunge. Das ist sehr, sehr ätzend, das Zeug. Macht es auf keinen Fall nach, Leute. Tja, wenn ihr Bock auf das Video habt, lasst es auf euren Like da. Abonniert den Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, checkt auch gerne Lukas ab. Und dann würde ich sagen, Lukas, wir labern nicht viel. Wir fangen direkt mal an. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt hier einen 30-Minuten-Countdown. Der wird jetzt gestartet. Wir haben uns beide Champs aufgeladen. Wir gehen jetzt direkt mal in den Shop rein. Wir machen jetzt hier direkt mal unsere ersten 10 Spins in 3, 2, 1 und let's go, Lukas. Oh mein Gott. Okay, der Timer läuft. Also, wir werden das Ganze so machen, dass wir quasi, ähm, ja, nach jedem 10er-Pack quasi einen Sendershock essen, wenn da kein Special-Skin mehr dabei ist, Leute. Das heißt, wir machen quasi immer so 10 Spins. Und sollte da halt kein Special-Skin dann dabei sein, dann müssen wir einfach einen von den Sendershocks essen. Oh, fast den 9 gezogen, den Lidernern. Fast den 9? Okay, krass. Der also, äh, ich weiß nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt hier einiges Special-Skin ziehe. Weil ich habe echt keinen Bock, so viel von diesen Dingern hier zu essen, Leute. Aber okay. Oh, okay, ein legendären. Aber bringt nichts, Leute. Das bringt nichts. Als erstes würde ich dieses Blaue hier essen. Das Blaue. Also, ich habe jetzt hier auch Blau tatsächlich als allererstes. Ich habe auch noch eine grüne Box. Oh mein Gott. Lol. Das war richtig close. Oh mein Gott. Ich habe echt, ich habe gar keinen Bock, weil ich habe das schon mal 18 Stück gegessen in einem Brawl Stars-Video. 18 Stück, ja. Ja, und Digga, meine Zunge hat dann mehrere Tage gebrannt wie Feuer, ich schwöre. Ich kenne das, ich kenne das. Deswegen, das wird, also Leute, ihr dürft es auf keinen Fall unterschätzen hier. Das ist wirklich Geisteskrank, was wir machen, diese Sendershocks. Also, man soll davon auf jeden Fall auch nicht zu viel am Stück essen. Und ey, Lukas, wir haben beide keinen. Okay, das heißt, wir schnippeln jetzt hier beide mal den Sendershock auf. Wenn wir zu gleich essen, komm, wir essen gleichzeitig, Lukas. Das ist nicht ganz so schnell. Ich habe hier jetzt mein erstes schon mal rausgeholt hier. Bist du ready? War drei, okay? Drei, zwei, eins und. Oh nein, Bro. Oh, Bro. War, Digga. Das war ja immer der erste, Junge. Boah, Alter. Bro. Das wird immer schlimmer mit jedem Sendershock, Alter. Ich weiß gar nicht, Leute. Schaut einfach in die Kommentare, wenn ihr so mal Sendershocks gegessen habt. Und wenn ja, ob ihr die runterschluckt. Weil ich schluck die zum Beispiel runter. Lukas, du meinst zum Beispiel, ey, schmuck die immer aus. Ich weiß gar nicht, ob man die runterschlucken darf. Ob man die runterschluckt, Junge. Ja, eigentlich nicht, weil es sind halt Kaugummis. Aber ich dachte immer, das sind Kaubombocks. Deswegen, ich schluck die schon immer runter. Aber ey. Boah, Junge, ey. Meine Zunge ist gerade schon so ein bisschen so angeraut. Merkst du es schon so ein bisschen, wie das so ikkisch wird? Ja, ich merke das schon. Okay, aber... Ich habe schon das nächste vorbereitet, weil ich glaube... Ja. Digga, ich habe echt da gar keinen Bock drauf. Ich hoffe, dass ich einfach viele Special Skins ziehe. Oh, supergeil Skin, Digga. Oha. Aber das bringt mir nichts. Wir brauchen hier die Special Skins, Lukas. Ich habe jetzt hier das Grüne schon vorbereitet, Leute. Das Grüne vorbereitet. Ja, also... Ich glaube auch hier... Ich glaube, ich bereite mir jetzt auch schon mal vor, weil so wie es aussieht... Oh mein Gott, Mann. ...wird hier nichts kommen. Ansonsten, was ich auch vergessen habe zu erwähnen, Leute. Sollten wir ein Special Skin ziehen, sind wir 20 Runden lang befreit. Und ich esse es auch das nächste, Lukas. Äh. Ah, Mann. Bro. Äh. Mann, Digga, das ist so ekelhaft, Mann. Äh. Oh mein Gott. Boom, ich will es richtig... Äh, Junge. Fuck. Nein. Oh mein Gott. Digga, fast ein Pferd, du Drache. Ey, wir brauchen jetzt hier ein Special Skin. Also wie gesagt, ein Special Skin ist gleich 20 Runden lang kein Center Shock. Ja. Oh, Bro. Hm. Ich muss ja kurz ein Wasser trinken, Digga. Ich sag dir ehrlich. Ja, ich glaube, das ist echt gut zwischendurch. So, ich bereite schon mal den nächsten vor, Leute. Ihr wisst das. Echt, hast du echt gar keine Hoffnung auf ein Special Skin, Lukas? Boah, am Anfang ist immer so eine Sache, weißt du? Ja, ja, das ist zu. Am Anfang ist immer so eine Sache. Nach so ein paar Minuten, Digga, können mal lucky sein, so. Aber, Bruder. Oh! Oh mein Gott, das war so close bei dir. Boah, Alter. Ey, komm schon, Skelett, Tri-Bones. Ich küss dein Herz, aber ich brauche ein Special Skin. Weil meine Zunge, die wird so uns... Also... Ja, ja. Das ist echt nicht geil. Ansonsten, ich weiß, was würdest du sagen, Lukas? Was sind die sauersten Center Shocks so? Boah, ich glaube sogar... Nennt ihr den grün oder Cola? Ja, ich glaube, Cola soll richtig krass auch sein. Achso, grün oder grüner, glaube ich. Oh mein Gott, nein. Ey, Lukas, ich esse auch den nächsten, Junge. Was ist immer schlimmer, Mann? Mh! Boah! Was? Boah, ich will nicht mehr. Ich brauche Wasser, Digga. Boah, der war jetzt schon richtig ekelhaft, Junge. Bruder, das ist so ekelhaft, Mann. Das ist auch nicht angenehm. Das ist wirklich alles andere außer Geier. Also, ich weiß nicht, wer die... Freiwillig ist mal so ein, zwei so, ist cool, aber mehr auch nicht wirklich. Bro. Boah. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, Leute, diese Boxen, die gibt es sonst an der Tanke so, wo man sich mal so ein, zwei rausnimmt, so für 10 Cent und wir haben hier einfach diese großen Boxen, die es sonst an der Tankstelle gibt und... Okay, du merkst, ich habe hier sogar noch Cola. Bro! Ey, auf Korrekt! Ich esse jetzt rein. Ich würde dir sagen, ey, wenn du... Das ist sogar für zwei Runden auf Korrekt, weil Cola soll richtig sauer sein. Also auf Korrekt, okay, dir bleibt so eine Runde mit erspart so. Wenn du jetzt zwei Runden nix zieht, dann isst du Cola. Okay, okay, dann mach ich das so. Boah, also Cola, no joke, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal getestet habt, okay? Also noch einmal und dann Cola, meinst du? Ja, wenn keiner kommt, dann Cola. Ansonsten auch hier den High und ey, Lukas, ich muss jetzt hier direkt den Nächsten essen, leider. Ich komm hier nicht drumrum, Bro. Ich muss hier den Nächsten essen, ich komm nicht drumrum, Bro. Drei, zwei, eins! Digga, das ist zu... Ey, Leute, meine Zunge brennt jetzt schon, das ist kein Spaß. Wurde, mein Englisch! Ja! Ja! Loil, nein! Hey, der war so dunkel! Ja! Loil! Sag das nur bei mir so aus, oder war der so dunkel? Hä, ich hab das auch gerade gesehen, der war dunkel, ne? Loil! Loil! Sag, du einen ziehst, Mann, WTF! Boah, ich muss gleich Cola essen, wenn ich jetzt keinen ziehe. Junge, ich muss diese Runde keinen Zettachack essen! Let's go! 20, nicht, 20 Runden sogar! Ja, 20 Spins, ja. Digga, geil! Oh mein Gott, du wirst so lucky, Mann. Geil! Du musst jetzt gleich Cola essen, Junge! Boah, Junge, gar keinen Bock, Mann. Komm, geh! Nein! Boah, aber echt lucky, dass ich jetzt hier direkt Blitz Ninja gezogen hab, Digga. Ja, du wirst lucky. Bro. Oh, wichtig, 20 Runden, geil, Zettachack, das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Oh mein Gott, da bist du so jetzt rum, oder? Hey, Lukas, komm, ich mach extra hier. Ich fass jetzt ganz genau auf. Komm schon. Mach, tu es, Lukas. Tu es! Mach extra noch mal die anderen drauf, um hier Maximum Cola-Geschmack zu haben. Oh mein Gott, Lukas. Oh mein Gott, was hast du getan, Junge? Was hast du getan? Boah, das ist viel schlimmer nochmal. Du bist doch lebenswürdig, Bro. Oh mein Gott. Also, ich genieße jetzt hier gerade meine 10 Spins ohne Zettachock, Bro. Sehr geil. Also, Lukas, ich genieße hier gerade meine 10 Spins ohne Zettachock, ne? Wollte ich dir nur sagen. Und gleich, hier darf ich nochmal Spins machen, ohne zu essen. Du kannst jetzt hier direkt den nächsten essen. Lukas. Boah. Vor allem dieses Cola-Ding ist so hart ekelhaft, Mann. Ja, also, ich würde doch sagen, so oft korrekt, Digga. Weil du gerade, du darfst auch gerne mal so eine Pause, so eine Runde jetzt aussetzen, Digga. Weil ich sag dir ehrlich, Cola ist schon hart, Digga. Also, ich hab da gerade echt ein bisschen Mitleid, Bro. Also, Cola ist halt schon wirklich richtig hart, Junge. Boah, Alter, das ist echt so hart ekelhaft gewesen. Okay. Ey, super geil, aber sehr geil. Aber ich glaube, ich... Oh ja, krass. Ich hab auf jeden Fall das Blaue dann als nächstes, wenn ich jetzt hier keinen ziehe. Okay. Okay. Ja, ey, ich hab hier wieder keinen Special Skin. Aber okay, ich muss jetzt noch keinen essen. Aber wenn ich jetzt hier Kite ziehe, gleich, Lukas... Ja. ...dann muss ich tatsächlich hier wieder anfangen. Einen zu essen, ein Setterschock. Und ich hab gar keinen Bock, das hier zu essen, Bro. Gar nicht. Okay. Lukas, ich mach jetzt hier die heiligen drei Drehungen. Dann kommt die 100% Special Skin, Bro. Ach, du, pass auf. Okay. Ich bin gespannt. Oh, Mann. Zwei. Drei. Und jetzt kommt hier 100% ein Special Skin, Bro. Pass auf. Hier. Du musst jetzt so einen Spin machen, einen einzelnen und dann so 10 Spins hinterher, weißt du? Okay. Dann kriegst du garantiert einen Special Skin. Das ist so ein Bug nämlich. Boah. Ich tue auch gleich, wenn ich den gegessen hab, mach ich so 10 Spins auf so einem anderen Glücksgrad für das Luck, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Das kann man auch machen, ne? So. Ja, genau. Ich glaub, ich mach jetzt einfach mal so 5 Spins am Blauen. So. Und wenn ich jetzt gleich dann am 10er Grad, am epischen, kein Ziehe, kein Special Skin. Boah. Digga, ich hab sogar super geil, aber wieder kein Special Skin, Digga. Freut du? Das nächste. Bro, ich würd sagen, ich ess gleich sogar zwei Sender Shocks, wenn ich jetzt keinen ziehe, weil ich ja gerade... Oh mein Gott. Lukas, was tust du? Bro. Ey, bitte. Lukas, ich mach jetzt hier gleich 10 Spins am epischen. Wenn ich da keinen ziehe, muss ich einfach zwei Sender Shocks auf einmal essen, Bro. Okay, okay, komm. Okay. Ich mach jetzt hier 10 Spins. Wenn da jetzt keiner kommt, dann ess ich zwei Stück auf einmal. Dann muss jetzt einer kommen. Bitte. Ansonsten trink ruhig nochmal was, Lukas, ne? Oh mein Gott. Komm schon, bitte. Ey. Von Koda ist immer noch alles weggeadzt, Digga. Ja, ich glaub dir das. Ey, komm schon. Also, Bro, wirklich, Stumblegeist, du musst dir jetzt ein bisschen mehr gönnen hier. Komm schon. Dann muss ich jetzt noch in Special Skin kommen. Komm schon. Bitte. Bitte, Stumblegeist. Komm schon. Ey. Ich brauch jetzt hier wirklich. Ich brauch hier jetzt noch. Digga, meine Zunge. Ich brauch hier. Oh, Junge. Junge, wie sieht denn deine Zunge aus, Bro? Ich schwöre, die ist schon weggeadzt. Hast du das gesehen? Wie sieht meine aus? Bei dir geht's doch, oder? Bei mir geht's gerade noch so. Ist okay. Aber ey. Ey, Lukas. Ich muss jetzt noch ein Special Skin ziehen. Sonst war's das komplett. Boah, ich will jetzt auch mal einen Lack haben. Bitte. Ich glaube, mir ist vorletzter Spin. Ey. Ich muss jetzt ein Special Skin, Bro. Sonst muss ich hier zwei Stück auf einmal essen. Letzter Spin. Stumblegeist, bitte. Komm schon. Oh mein Gott. Ich dreh mit. Komm. Dreh weiter, weiter. Du musst drehen. Komm schon, Stumblegeist. Letzter Spin jetzt. Ich dreh mit. Oh nein, Lukas. Es sieht nicht gut aus. Oh mein Gott. Boah, der Geist hat wieder keiner. Als ob, Digga. Ich muss zwei Stück auf einmal essen. Oh mein Gott. Aber okay. Du hast immer einen Banana Guy gezogen. Der ist geil. Aber... Bro, zwei Stück auf einmal. Das ist sehr, sehr rip. Oh mein Gott. Okay, ich... Leute, ihr seht das jetzt hier. Ich schneide jetzt zwei Stück hier auf. Zack. Oh. Guckt euch das an, Leute. Zwei Cent. Ich mag es jetzt hier. Respekt, man. Alter, zwei auf einmal ist schon hart. Bro, das wird gottlos. Aber ich mache es, Leute. Drei, zwei, eins. Boah. Boah. Junge, Alter. Oh mein Gott. Hey, Bro. Gönn dir. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Es ist hart, es ist hart. Boah, ich muss aber auch... Digga, ich muss auch einen essen, man. Lukas, stopp. Ich kann nicht mehr. Bro. Klingt rein, oder? Digga, ich mache wieder ein Blaues. Okay. Oh, man. Oh, Bro. Die haben gerade alles gekillt. Wirklich. Ey, du hast... So krank... So krank sauer. Du hast bisher immer noch geils Becher-Skin, ne? Ja, Digga. Immer noch keinen, Mann. Oh mein Gott. Das ist so lucky. Äh, unlucky, meine ich. Ich spiele meine Zunge gerade irgendwie nicht mehr. Würde ich seit dem Cola denke ich nicht mehr. Ich schwöre es dir. Bro, also... Ich habe drüben noch eine grüne Box. Soll ich mal ein grünes essen, Lukas? Ja, komm. Ich habe auch schon grüne gegessen. Oh nein, fast schon wieder. Oh, komm schon. Ey, Prinzessin. Ist ja korrekt von dir, aber ich brauche Special Skin. Ey. Von 1 bis 10, Lukas. Also den neuen, äh... Den neuen lilanen Special Skin. Es sind jetzt insgesamt schon vier Stück. Von 1 bis 4, auf welchem Platz würdest du den lilanen Special Skin machen? Boah. Also ich würde... Ich finde den... Ich glaube, es ist sogar besser als den Sai Tai Shogun, aber halt nicht besser als die anderen, so. Was würdest du sagen? Also halt vorletzter. Er ist halt neu und deswegen irgendwie cool. Also ich würde ihn sogar... Ich würde sagen... Ich würde ihn sogar... Ich würde so Blitz Ninja auf 1. Ja. Dann auf 2 den neuen. Und dann... Ja, jetzt Apfel, Mann. Ey, Apfel, Lukas. Oh mein Gott, er macht Apfel. Ich muss aber auch, Lukas. Ich muss auch. Komm, wir machen zugleich. Bevor du spinnst, warte, Lukas. Okay, warte. Komm, bevor du spinnst. Komm, wir müssen das jetzt genießen hier, Lukas. Ey, Lukas, ich habe gehört, dass ich vorher die Nase so zu hält. Und dabei essen ist besser. Glaubt mir, komm, wir tryen das mal. Okay, warte. Let's go. Das bringt gar nichts, Junge. Ey, Digga, das gefühlt noch saurer. Bro, Junge. Ich kann nicht mehr. Bro, meine Zunge. Ich habe nichts zu trinken mehr, Lukas. Wir haben noch 15 Minuten, Lukas. Oh mein Gott, okay, okay. Boah, ich will's... Digga, ich muss jetzt noch ein Special Skin mal auch ziehen, Mann. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal am grünen Glücksrad drehen. Einfach aus Respekt zusammen, Guys. Weißt du, die Däge sollt's ein bisschen abgehoben, weil wir nur am epischen drehen. Ja! Endlich! Let's go! Let's go, Junge! Ey, ich gönne dir das so sehr, Junge. Oh mein Gott. Ey, danke, Mann. Ich gönne dir das so sehr, Bruder. Ich habe dir, glaube ich, noch keinen Erfolg, habe ich dir so sehr ein Special Skin gegönnt wie heute, Bro. Okay, Alter, das hat jetzt auch übelst gedauert. Ja, es hat sehr lange gedauert. Es hat sehr lange gedauert. Oh mein Gott, Mann. Okay, okay. Was denkst du, wie viel Spitz brauchst du jetzt für den nächsten? Boah, ich hoffe halt nicht so lange, ja? Vielleicht kommt er ja direkt danach so auf ihre. Ich weiß nicht. Boah, aber ich lebe jetzt erst mal so ein bisschen zurück, ja? Auf ganz entspannt. Ja, du kannst jetzt 20 Runden aussetzen, ne? Also nach dem quasi noch 10, ne? Ja, aber ich habe jetzt keinen gezogen. Ich muss wieder eins essen, ne? Oh mein Gott. Boah, nice, Digga. Let's go. Das war wichtig, Leute. Ey, Lukas, ich muss hier jetzt wieder eins essen. Ich habe keinen gezogen. Du kannst jetzt chillen, ne? Du musst keins essen. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall auf entspannt. Oh nein. Wasser hier, auf ganz entspannt. Boah, ich bin nicht mehr. Boah, ich fühl mit dir, ich fühl mit dir, Alter. Das ist echt so schlimm. Ich bin nicht mehr. Alter. Komm, ey, wenn ich jetzt auf Ehre noch eins zieht, das ist ja so krass, Mann. Ey, ich glaube, ich mache jetzt hier mal fünf Spins einfach am gewöhnlichen Glücksrad, Bro. Ja, ja, ja. Ja, einfach aus Herzen zu Stumble Guys. Weil ich glaube, die mögen uns langsam nicht mehr, weil wir nur noch auf Special Skins geiern. Weißt du? Das heißt, die ganzen anderen Skins sind ja quasi so umsonst. So, weißt du, wir nutzen wir gar nicht. Deswegen müssen Stumble Guys wieder mal ein bisschen aufreißen und kein Check, was so normale Skins angeht, Bro. Genau. Wir tun die gar nicht wertschätzen, ne? Die normale Skins. Ja, ja. Du kriegst schon Hook auf, ne? Von den ganzen Center Shops. Ja, ja, Digga. Die kommen schon langsam wieder hoch hier, Alter. Ja. Digga, okay. Glaubst du, ich ziehe noch einen? Oh! Bro, das war so groß bei dir gerade. Das war so krank knapp, Alter. Ey, ich mach jetzt die 10 Spins wieder am normalen Glücksrad. Es muss dir jetzt einer kommen, Lukas. Sonst bin ich wirklich gebrochen. Du darfst jetzt, glaube ich, nochmal 10 Spins machen, ohne eins zu essen, ne? Ja, ja. Boah, ich genieße es noch kurz, Alter. Also, dass ich es einfach mal machen kann. Ja, ja, ich glaub dir das. Also, sag dir ehrlich, bisher, meine Zunge ist schon am Ende. Okay, und go. Oh, 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 ich war kurz vor Blitz Ninja, Bro. Das war so krank knapp. Oh, nein. Ey, komm, ich bin Blitz. Digga, okay, nochmal Duplikat. Boah, aber danach. Also, wenn ich hier jetzt nichts ziehe, muss ich wirklich wieder eins essen. Immer wieder so ein blaues. Ey, ich, ich, ey. Ist mir egal welcher, egal ob Duplikat oder so. Hauptsache jetzt noch ein Special Skin wieder. Okay, okay. Ist, ist vorbei. Komm schon, bitte. Bitte. Okay. Oh, nein, das sieht nicht gut aus, Lukas. Oh, mein Gott. Ey, wir haben jetzt beide einen gezogen. Also, normalerweise müsste ich noch ein bisschen Lack haben, oder? Also, meine ist jetzt schon wieder länger her, tatsächlich. Ey, Yow Skin, ich mag dich hier, aber ich brauche Special Skins. Boah, ich will keinem zum Essen, meine Zunge kribbelt gerade. Lukas, ich habe keinen gezogen. Ich habe keinen gezogen, Bro. Oh, mein Gott. Ich habe keinen gezogen. Komm, jetzt im letzten wahrscheinlich hier. Es sieht nicht gut aus, Lukas. Oh, ich habe noch einen. Ich mache schon mal auf hier wieder. Ich mache ihn schon mal auf. Ja, ich habe schon geöffnet. Oh, nein. Oh, mein Gott. Mann, mein Gott, okay. Ey, Lukas, komm, wir machen zusammen. Komm, da ist nicht so schlimm. Okay, komm. Okay, bei drei, komm. Prost, komm, Lukas, Prost. Wir stoßen an. Prost, einmal hier. Einmal Prost, okay. Komm. Ist nicht cool. Ist nicht geil. Boah, das ist so hart ekelhaft. Wer ist sowas freiwillig? Ich weiß es nicht, Bro. Aber meine Zunge ist am Ende. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ey, ich kann gar nicht mehr reden, weil meine Zunge, du fühlst so an, wie so taub. Ich habe kein Gefühl mehr in der Zunge. Ja, die ist so pelzig, so. Es wäre da so. Boah. Ey, Lukas. Ey, ich muss danach No-Jog zum Arzt oder so. Ey. Ich werde auf jeden Fall danach direkt auf jeden Fall so Zähne putzen, so Zunge putzen, Mundspülung, alles rein. Sonst kann ich da drei Tage lang nichts essen, Bro. Ja, true, Digga. Nicht, der ist so hart. Ey. Ich würde, Lukas, pass auf. Ich würde sagen, wir machen jetzt so einen auf den. Wir machen gleich so 20 Spins. Wenn wir in zwei... Oh, oh, oh. Oh. Oh, mein Gott, das war so krass. Nee, das war so krass. Wenn wir in 20 Spins... Oh. Wenn wir in 20 Spins einziehen sollten, dann müssen wir drei Runden lang... Können wir chillen? Sollten wir aber Kai ziehen, müssen wir zwei auf einmal essen. Oh, mein Gott. Okay, okay. Okay, ja. Das heißt, komm, wie viele Starbetons hast du noch? 1500. Okay, wir haben 1500, okay. Dann komm, wir machen jetzt 10 Spins hier, Lukas. Mhm. Let's go. Wir haben noch 8 Minuten, ne? Okay. 20 Spins. Entweder wir ziehen jetzt hier ein in 20 Spins und müssen dann kein Essen. Oh, mein Gott, komm an, komm an, komm an. Ey, ich, ich, wir müssen jetzt einziehen, sonst ist es vorbei. Drache, erwache. Drache, erwache. Drache, erwache. Also, ich habe es gerade im Gespür, Lukas, der Drachen kommt. Ich mache jetzt Augen zu, Lukas. Ich mache Augen zu. Lukas, du schreist, wenn was kommt, okay? Du schreist, wenn was kommt. Oh, bitte, bitte. Oh, mein Gott. Wie schaut es aus bisher, Lukas? Wie schaut es aus? Oh, nicht so gut bisher, sei ich dir ehrlich. Oh, nein. Oh, okay. Ui, ui, ui. Wir haben gleich die ersten 10 Spins durch. Komm schon, Lukas. Ich will dich schreien hören. Komm schon, bitte. Seine Ohren vollgeschrien bekommen. Ey, komm schon, Lukas, bitte. Oh, mein. Bitte, Junge. Ich will nicht mehr. Na, nee. Nee, bei beiden nicht. Oh, nein. Ey, jetzt welche Skin oder zwei Stück auf einmal, Lukas. Komm. Oh, mein Gott, okay. Komm. Ey, jetzt, ich sage dir ehrlich, jetzt muss was kommen. Wenn dir jetzt nichts kommt, dann ist es vorbei. Jetzt oder nie, Lukas. Dann doppelt. Jetzt oder nie, weil entweder wir haben jetzt hier Glück und es kommt was Krasses oder das war es halt einfach. Willst du einen Setterstock essen oder jemand anderes doppelt? Ja, okay, Alter. Ja, äh. Ja, also du. Oh, 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 oh. Oh, Gott. Der ist wieder so dunkel. Als ob du noch eins ziehst, Junge. Wahrscheinlich. Vorbei, vorbei, vorbei. Vorbei, Junge. Oh, mein Gott. Ist klar. Ja, WTF. Was geht ab? Bro, was war das? Einfach ein Fair-Druck, Lukas. Ich muss jetzt drei Runden lang kein Essen, Digga. Let's go. Oh, mein Gott. Danke. Danke, danke, danke. Komm, willst du auch Drache, aber auch bei mir? Ey, Lukas, ich würde es dir gerne wirklich. Ich würde es dir wirklich von Herzen gönnen. Ey, Lukas, komm schon. Drache, erwarte. Oh, mein Gott, da kommt nur das scheiß Wartenschwein, Mann. Oh, mein Gott, du armer. Oh, Lukas. Oh, Gott, Lukas. Zwei Stück auf einmal. Ich gönne mir jetzt zwei Grüne. Boah, zwei Grüne, Bro. Wir haben nur sechs Minuten. Zwei Grüne. Zwei Grüne. Oh, Bro, komm. Jetzt schneid dir mal auf. Ich steh zu dir. Ey, Lukas, ich muss eigentlich kein Essen, aber ich kann dich jetzt nicht hier hängen lassen, Bro. Ich esse einfach einen mit aus Respekt, Bro, weil ich weiß, wie hart das will ich essen. Das ist korrekt. Wann? Grüße. Aufgerekt, komm. Aufgerekt, komm. Okay, Lukas. Okay, okay. Zwei Grüne. Okay, Lukas, bist du ready? Ja, okay. Drei, zwei, eins, komm rein. Ey, trink, trink so viel, du kannst, Lukas. Komm. Ey, aufgerekt, Lukas. Die bleibt jetzt ein Runde erspart. Aufgerekt. Aufgerekt, Digga. Aufgerekt, komm. Digga. Geisteskrank. Also, Leute, wie gesagt, macht das auf keinen Fall zu Hause nach. Ich glaube, ich gehe danach erstmal alles schön fettkotzen. Digga, das ist so ekelhaft, mir ist so ein bisschen schlecht jetzt, Alter. Ja, ja, ja. Ey, Lukas, ich habe bisher alle runtergeschluckt, ne? Frag mich mal, ich habe immer das Bauchschmerzen. Jungen, du hast alle runtergeschluckt? Warte, ey, Lukas, hier, schau. Ich zeige dir das. Ich habe... Oh mein Gott, du bist verrückt, Junge. Lukas, ich habe die alle hier schon runtergeschluckt. WTF? Hast du schon mal so viele runtergeschluckt? Nein. Oh mein Gott, Junge. Ey, dein Magen klebst du zu wahrscheinlich. Ey, ich werde nicht dann aufs Klo gehen. Ich werde einfach so ein Kaugummi-Ball rauskacken, Junge. Ich sage es dir jetzt mal. Ich kann mir das so vorstellen, Junge. Der brennt dann auch noch schön. Oh, Junge, Alter. Die letzten vier Minuten jetzt. Mhm. Die letzten vier Minuten. Ey, komm schon. Ich will jetzt noch einen ziehen. Du meinst, eine Runde erspart bei mir? Ey, vorhin hast du, glaube ich, 20 oder 30 Spins nach mit eingezogen. Ja, stimmt. Jetzt in den nächsten 10 Spins ziehst du jetzt einen. Auf Ansage. Okay, come on, come on. Digga. Ey, ich habe gerade übes Bauchschmerzen, ne? Weil ich die alle runtergeschluckt habe, Lukas. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wirklich? Ja, ich habe richtig Bauchschmerzen. Ey, ich kann es echt gut vorstellen, ja. Ey, das ist bodenlos. Ich habe gesagt, du darfst dich nicht runterschlucken. Ey, es war ein sehr großer Fehler tatsächlich. Ich hätte hier niemals runterschlucken dürfen, Bro. Leute, hört auf mich. Niemals Kaugummi runterschlucken. Also es ist nochmal ein, so chillig. Okay, so passiert nichts, aber so viele. Also ich habe jetzt hier schon alle Senderschlucks, habe ich alle hinterher geschluckt. Digga. Ey, du willst nicht sehen, wie das bei mir aussieht. Ich habe die so teilweise so halb ausgekotzt. Oh. Oh mein Gott. Das war so groß, Bro. Drache, erwache jetzt. Komm, Lukas. Komm, Lukas. Drache, erwache. Ich habe erst einen gezogen. Wir sind fast zu wenig. Wir müssen in die Glückshocke gehen, Lukas. Wir müssen in die Glückshocke. Wir gehen in die Glückshocke. Glückshocke. Daumen drücken. Gluckshocke. Gluckshocke. Ich will jetzt nicht noch eine essen. Komm schon. Glückshocke. Drache, erwache. Drache, erwache. Drache, erwache. Der letzte Wind, glaube ich, Lukas. Komm schon. Oh, das wird zu. Drache, erwache. Drache, erwache. Drache, erwache. Nein, Lukas. Oh, 1 Wind haben wir noch, Lukas. 1 Wind. Okay, wir haben noch einen. Okay, komm. Gehen, 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 gehen. Nee, Digga. Ey, ich sperr, Digga. Bro, vorbei. Vorbei. Lukas, da müssen wir durch. Wir haben jetzt noch 2 Minuten übrig, Lukas. Ey. Okay. Vorbei. Komm. Mein Sendershock ist auf, Lukas. Bist du ready? Bist du ready, komm. 3, 2, 1. Komm, rein da. Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. No joke. Bro, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Let's go. Ja, Lukas, Digga. Ich gönne es dir. Ich gönne es dir so sehr. Oh mein Gott. Ich gönne es dir so sehr. Let's go, man. Ich gönne es dir so sehr. Oh mein Gott. Danke, danke. Ey, bei dir. Vielleicht kommt bei dir auch noch mal einer. Ey. Ich hoffe, Lukas. Letzte Minute jetzt. 1 Minute 30. Läuft der Countdown jetzt hier noch. Ey. Ich glaube, ein von der Zeit her bin ich, glaube ich, durch. Oh, passt noch sein Taishogun. Also wirklich, Lukas. Oh mein Gott. Ich glaube, das war der letzte Center Shock eben. Was wir, wie wir heute gemacht haben, Geisteskrank, wirklich. Boah, Leute, wir haben so durchgezogen. No joke. Also, Bro, das hier wirklich, was wir heute gemacht haben, hier ist wirklich, das ist Geisteskrank. Bro, also wie gesagt, macht das auf keinen Fall zu Hause nach. Oh mein Gott. Okay. Ey, aber eine Zunge brennt, Digga. Die letzte Minute. Ich glaube, wir müssen noch ein Essen jetzt. Du musst nicht, du hast ja 20. Nee, ich muss nicht. Du hast 20 Spins Pause. Aber ich muss jetzt glaube ich. Nee, warte mal. Habe ich eigentlich meine 20 Spins Pause gemacht bei meinem Spin? Ich weiß gar nicht. Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe ja Ei mit gegessen, so wegen dir, so. Aber ich glaube, Lukas, ich mache jetzt nochmal 10 Spins und ich glaube, ich muss noch ein Essen, wenn ich jetzt keinen ziehe. Also bei mir ist jetzt so wahrscheinlich der letzten 10er Spin und dementsprechend, ja, es sieht gut aus, ne? Oh nein, Lukas. Was sagt die Zeit? Was sagt die Zeit? Lukas, noch 25 Sekunden. Oh mein Gott. Da hast du noch Pech. Da musst du noch eins ziehen vielleicht. Äh, eins essen, meine ich. Ey, Lukas, achso, habe ich ihr noch gar nicht gesagt, ne? Wir gucken gleich, wer am Ende mehr Skins gezogen hat und der Verlierer muss nochmal drei Stück auf einmal essen, so, ne? Was? Äh! Ey, war das unfair. Nee, das ist unfair, Digga. Ich schwöre, nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht, du, Rex. Nein, das machen wir nicht, du, Rex. Das machen wir nicht. Ey, also ich sag das gerade so, ne? Es ist mir gerade so eingefallen und auf einmal zieh ich einfach so in Fearno Dragon. Bro, das ist heftig. Ey, das kann man sich nicht ausdenken, Junge. Okay, okay, die Zeit ist abgelaufen. Die Zeit ist abgelaufen. Okay, also ich muss jetzt auch kein mehr essen, Lukas, ich bin sehr dankbar. Ja. Ja, okay, komm, auf Ehre, wir verschwunden dich, Digga. Also drei wären jetzt nochmal, wäre jetzt wirklich, wäre wirklich vorbei. Wenn wir jetzt mal gucken, ich habe ja jetzt einfach. Ja, ich habe halt zwei gezogen. Ah, ne, warte mal, ich habe ein Duplikat gehabt, Lukas. Nein, wenn, lol, warte mal. Aber gleich viele legendäre, oder, glaube ich? Wie viele legendäre, warte mal, ich habe, wie viele legendäre, habe ich, wie viele legendäre? Mir fehlen 14. Mir fehlen 14. 13, 14, 15, 16, 17. Bro, ich habe weniger als du. Lol. Ich, ich jetzt drei Stück essen, oder was? Drei Stück auf einmal. Nein, also ich würde sagen, das musst du, das musst du sagen, aber ich, du warst nett zu mir, deswegen, ich würde dich auch verschonen. Lukas. Wir machen das, komm. Zum Abschluss, Leute. Oh mein Gott, ja, okay. Eins, zwei, drei. Lukas, ich mache das jetzt. Drei Stück auf einmal. Bist du ready, Lukas? Ach, heilige. Bist du ready? Okay, drei, zwei, eins. Eins, zwei. Oh mein Gott. Ey, aber du, ich, bitte schluck die nicht runter, bitte. Oh mein Gott, ey, ich fühle so mit dir, Junge, ich fühle so hart mit dir. Oh, vorbei, vorbei. Ich trinke, ich trinke noch mal lieber, schnell was, Alter. Nee, du schluckst die nicht, oder? Der ist zu fett, ich kann den gar nicht schlucken. Juri, Alter. Du, der ist zu fett, ich kann damit Blasen machen. Okay, Leute. Die Drei Stück haben mich immer kaum mit Kopf genommen. Was, Digga? Ey, du, Digga, du bist so. Ey, du fühlst deine Bauchschmerzen haben, ja. Machen wir das auf keinen Fall zu Hause nach. Bro, ich kann gar nicht mehr reden, meine Zunge, Bro. Ja, ich fühl's mal. Lass dieses Krake, wie ich auf jeden Fall... Bro, Lukas, ich kann nicht reden, Bro. Leute, lasst ein Like da, kostenlos Abo und damit, ciao, ciao. Kakao.